Musik Whitney Sardy für alle die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der Ruf der Kräfte hinter den Polissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag kommt Don Stark von 16 bis 18 Uhr in der europäischen Zeit hereinhören. Mehr unter waknews.net Bye Bis zum nächsten Mal. Don't lie Compline Ask why Don't lie Compline Ask why Don't lie Don't lie Don't lie Compline Don't lie Ask why Don't lie Don't lie Don't lie Don't comply Don't comply Ask why Don't lie Don't lie Don't lie Don't lie Don't lie Don't lie Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Wardawas. Heute am sonnigen 31. Oktober 2017. Da nehmen wir die Folge 3 der Brüder der Schatten durch und mit dem Titel Die andauernde babylonische Gefangenschaft in allen Lebensbereichen. Ja, also wie gewohnt möchte ich auch diese Sendung einleiten mit dem passenden Wochenspruch aus Rudolf Steiners Seelenkalender. Also es wäre die 31. Woche, datiert 3. bis 9. November. Das Licht aus Geistestiefen nach außen strebt es sonnenhaft. Es wird zur Lebenswillenskraft und leuchtet in der Sinne Dumpfheit, um Kräfte zu entbinden, die Schaffensmächte aus Seelentrieben im Menschenwerke reifen lassen. Ja, also der Wochenspruch eigentlich spricht er für sich, wenn man diese Gedanken meditativ durchlebt, dass das Sonnenhafte nachher im Inneren umgewandelt wird, im Inneren der Menschenseele zu Lebenswillenskraft und dann in die dunkel-sinnenhafte Umwelt, in die wir uns befinden, dann hineinleuchten kann. Also das Licht der Weisheit selbstverständlich. Dass wir das natürlich nicht nur für uns selber, sondern für die allgemeine Menschheit da leuchten lassen und reifen lassen sollen, das versteht sich von selbst. Über diesen Wochenspruch könnte man auch lange weiterreden, aber das soll ja jetzt heute nicht unser Thema sein, sondern wir wollen da gerade in Medias Res gehen. Tja, und dann gibt es einige Dinge zu berichten in diesem letzten Oktober, was sich da zugetragen hat bei mir. Da habe ich zwei Beispiele, die ich dachte, die könnten auch für euch interessant sein. Also nach einem ereignisch schwangeren Monat berichte ich über eine weitere Episode mit bewaffneten Uniformierten an der Grenze zum Bund sowie einem unglücklichen Post in einem Wetterportal und die daraufhin gewonnenen Erkenntnisse. Der Status Quo in allen Lebensbereichen wie Kunst, Wissenschaft, Religion, Sozialgefüge, Erziehung, Ökonomie, Politik, Rechtswesen, Gesundheitswesen, Ernährungswesen, egal wohin man auch schaut in unserem heutigen modernen Leben, ist von einer maliziösen, engmaschig organisierten Matrix oder wie ich es auch nenne, die Infrastruktur des Bösen durchzogen. Sie wird für den Durchschnittsmenschen nur sichtbar, wenn er als wache, unkorrumpierbare Seele auf inhärente, kosmisch-schöpferisch-moralische Werte sich beziehen und erinnern kann und in der festgestellten Divergenz dazu die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, also jetzt mit Status Quo natürlich, und das Sozialgefüge hinterfrägt und analysiert. Dann stößt er auf das Individualfreiheit beschneidende Gesetzeskorsett, das als Herrschaftsinstrument von einigen wenigen Psychopathen geschaffen wurde, um den Rest der Menschheit zu unterdrücken und auszublündern. Diese eigennützige, diese besessene Minderheit erachtet ihr Sondersein als Gott gegeben, obwohl von dort die klare Botschaft ausgeht, dass alle Menschen gleichwertig geschaffen wurden und kein Mensch das Recht hat, über seinen Mitmenschen zu richten oder ihm Befehle zu erteilen. Es gibt mannigfaltige Bezeichnungen für diese Gattung Mensch, der Krieg gegen die göttliche Schöpfung, die Krieg gegen die göttliche Schöpfung führen, zum Beispiel Herodianer, Dunkelmenschen, Lemuren, Menschheitsverräter, Tenebristi, Morituri oder Dims, wie Detlef sie nennt, also die dominant-irrsinnige Minorität. Sie eint, dass sie ihr Wohlergehen, in Anführungszeichen, auf Kosten erzwungenen Opfern ihrer Mitmenschen beziehen wollen und zum Teil auch beziehen müssen. Das bezieht sich auf den Pfad, den sie eingeschlagen haben. Dazu haben sie seit Urzeiten ein elaboriertes Unterdrückungsinstrumentarium mit Hilfe dämonischer Wesen aufgebaut. Unterdrückung der unveräußerlichen Individualrechte eines freien, selbstbestimmten Menschen-Ich durch Organisationen wie Kirche und Staat. Kirche und Staat führen illegitim aufoktrierte Verhaltenskodices ein, wonach sich die Restmenschen zu richten haben oder hätten. Diese Kodice gelten aber nicht für sie selbst. Sie nehmen sich ein auf Überheblichkeit und Eigenwahn beruhendes Sondersein für sich in Anspruch und vermeiden, den Engel- oder gar Götterstatus für sich beanspruchen zu können, ohne die dafür nötige moralische Entwicklung absolviert zu haben. Die erste Stufe dieses Unterdrückungsinstrumentariums ist für alle Menschen noch sichtbar und erfahrbar. Also das Staatswesen, die Kirche und so weiter, was sich dahinter versteckt und Jesuiten, ich habe das ja in vorigen Sendungen schon behandelt. Dann gleich dahinter befindet sich auf der zweiten Stufe die halb-okkult, also versteckten Organisationen wie Geheimdienste oder ähnliche, die von der Pseudo-Elite als Exekutive benutzt wird, wenn ihre boshafte Willkür den Rahmen, den für die Allgemeinheit geschaffenen Gesetze sprengt. Also wenn es ganz offensichtlich klar erkennbar gegen die Freiheit der Menschen geht, dann bedienen sie sich dieser Geheimdienstmethoden. Als dritte Instanz dienen den Tenebristen dann die Geheimgesellschaften, welche als Moderationsebene untereinander und als Kommunikationsebene mit nicht inkarnierten, meist dämonialen Geisteswesen dient, welche sie dann instruieren, als Gegenleistung sozusagen, wie die Menschheit am besten beherrscht werden kann. Ja, und dieses Beherrschtwerden und diese dämonialen Wesen, das sind meistens natürlich Ariman, ich habe das schon beschrieben, der ist aus der persischen Mythologie bekannt, wird da auch Agra Manu genannt. Und natürlich der äquivalente Name von Christus wäre der Ahura Mazdao im Persischen, der damals natürlich auch schon natürlich vorhanden war, der ja unsere ganzen Körper und Sinnesorgane mitgeschöpft hat. Der ist ja nicht einfach nur so dahergekommen, sondern der war ja ganz intensiv mit unserer Werdensgeschichte, unseres Aufbaus, unseres Körpers, unserer Seele etc. schon mitbeteiligt und ist dann natürlich historisch dann vor 2000 Jahren als von außen erscheinende Person oder Mensch inkarniert, also ein göttliches Wesen, das sich in einem menschlichen Körper inkarniert hat. Und dann natürlich die Unterwelt, nach der er am Kreuz gestorben ist, sagen wir mal, weil der ganze Prozess ja für ihn auch gilt, wie er kollektiv für die Menschen gilt, dass sie dann abgestiegen sind in die sogenannte Unterwelt und da hat er sein Christuslicht verbreitet, was natürlich diesen dortigen Dämonen nicht sonderlich behagt hat. Und gleichzeitig hat er natürlich auch einen Grundstein gelegt zu einem späteren Energiekörper, den wir dann, also das hat mit dem Ich zu tun, eben mit dem freien, selbstbestimmten Wesen, mit Freiheit. Diesen Grundstein hat er damals eben gelegt. Und dieses Buch von Pfeiffer, das ist eigentlich das Hauptthema heute, dieses Buch von Pfeiffer werde ich dann weiter hauptsächlich drauf Passagen oder Textteile vorlesen, dann meine Kommentare dazu abgeben und dann schauen wir, wie weit wir heute kommen in dieser Sendung, weil es wird alles ein bisschen knapp wieder heute. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Einzelpunkte, mit denen fange ich jetzt an. Und zwar habe ich am 24. Oktober, ich beschäftige mich eigentlich nicht sonderlich mit Posten in Portalen, aber es hat sich so als Zufall ergeben, dass ich dann am 24. Oktober um 7.43 Uhr in dem Dienst Wetter Online einen Post gemacht habe. Und dann, da stand da drin, also der Post hieß ungefähr Wochenende Luft direkt vom Nordpol, wenn das interessiert, der kann das ja nachschauen. Man kann dann so in der Wetter Online-Geschichte, kann man da runterscrollen. Und dann, wie gesagt, der Titel vom 24. Oktober, um 7.43 Uhr Luft direkt vom Nordpol. Dann hat ein gewisser Meteor Shark, natürlich ein Deckname, hat da einen Post gemacht und dann habe ich darauf geantwortet, dass, ja, wer es gern wahrhaben wollte, er natürlich dann in Herbst und Winter dann in diesem Breiten natürlich fehl am Platz ist und sich jenseits des 35. Breitenklade niedersiedeln sollte. Und darauf hat sich eine Geschichte entwickelt. Da habe ich dann mit zwei, drei Posts geantwortet und insgesamt vier Posts gemacht, fünf Posts gemacht und in drei dann natürlich wieder zensuriert und dann wieder entfernt wurden. Und dann bin ich der Sache mal ein bisschen nachgegangen und habe gedacht, wie geht das, wie ist das möglich, dass da Leute das zensurieren. Wir wissen ja auch, Detlef hat das ja auch, seine Recherchen da gemacht, bezüglich dieser Wetterdienste. Gerade in Amerika weiß man, dass die in den Händen der Rothschild-Dynastie sind und dass da natürlich im Hintergrund militärisch da Wetterfabrikationsmechanismen dann sie gestalten und natürlich auch die Interpretation dann in ihren Händen wissen wollen, damit das natürlich dann aufgeht, damit die das miteinander koordinieren und abstimmen können. Ja, und dann habe ich eben einige Sachen so erzählt, was da so im Hintergrund diesbezüglich, ich habe ja vorhin eine andere Deutung gemacht, was da, ja, warum diese Wettergeschichten da sind und dass da natürlich auch eine gewisse Agenda im Hintergrund läuft und das hat diesem Meteor Shark eben nicht gepasst. Und worauf er dann gepostet hat, dass Reichsbürger, sogenannte Reichsbürger, nichts zu suchen hätten. Dann sagte ich, ja, Reichsbürger, sehr interessant, ich liebe natürlich am besten Basmati-Reis mit, Basmati-Reis mit Sabcitika, also mit scharfem Gemüse und, tja, ich habe das nur ein bisschen so ins Lächerle gezogen. Da wurden aber weitere Posts gelöscht, weil ich darauf hinwies, dass eben gewiss, dass dieser Meteor Shark und auch ein gewisser David Obst, der da postet, da bin ich ein bisschen der Geschichte nachgegangen. Ich habe dann eben festgestellt, auf dem Netz, das kann man ja auch eingeben mit David Obst, dass das sich um gewisse Spindoktoren oder Aufpasser im Dienste der CIA, die in so seichten Medien und Foren dazu auserkoren sind, Elitenfeindlichkeiten elegant herauszuputzen. Es gibt ja auch im Ozean diese Putzerfische, die den Haifischen dann sozusagen die Fleischreste von den Zähnen nagen und insofern sind diese Leute wie Meteor Shark und David Obst von den Geheimdiensten eingesetzt. Die haben auch gewisse Verbindungen zur CIA, um das Ganze auf einem seichtsentimentalen Niveau zu halten und sozusagen unter diffusen intellektuellen, ich sage jetzt mal, Gehirnfürzen und natürlich die Sentimentalität und Wichtigtuerei bei einiger Leute, die da posten, da ihre Selbstbefindlichkeit praktisch Bauchpinseln bekommen von denen. Also es geht da nicht um Informationsaustausch, es geht da nicht um Fakten und Tatsachen, sondern es geht da um diverse Befindlichkeiten einer sentimentalen Seelenstimmung heraus. Im Moment das irgendwie auszudrücken, das habe ich wie gesagt mit Gehirnfürzen bezeichnet. Also wie gesagt, dieser David Obst und dieser Meteor Shark scheint ja ein Kollege von ihm zu sein, ich habe ihn Meteor Schnarch genannt, dieser David Obst ist bekannt, dass er in Berkeley als Filmproduzent einige sehr sagen wir mal merkwürdig sarkastische Filme herausgegeben hat. Er ist an der Uni Berkeley dann tätig gewesen, das ist eine offizielle Geschichte und das bringt, habe ich überhaupt auf die Sache jetzt gebracht, das zu erwähnen, dass diese Leute ja in der offensichtlicher, wie soll man sagen, in offensichtlicher Verstecktheit tätig sind. Dieser David Obst ist auch als literarischer Agent eingetreten, das ist interessant, literarischer Agent, da sollte einem schon mal ein bisschen, da sollte man das Wort schon mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und ist auch an der Uni Dresden tätig und zwar hat er da die Professur als Didaktik der Physik an der TU Dresden an der Fakultät von also für Mathe und Naturwissenschaften. Interessant, da ist sogar die Telefonnummer drin, das kann man nachschauen, wie gesagt literarischer Agent David Obst da in Dresden, wie gesagt die Telefonnummer und zwar auch Wikipedia sogar. Dann ist der natürlich Hans Dampf in allen Gassen, der ist natürlich auch in Frankreich tätig, da nehme ich an, dass er natürlich gut Französisch kann, sonst wäre das nicht möglich und zwar der Paritec, Ensta Paritec École Nationale Supérieure de Technique Avancée, da ist er Vice-Président Relation Publique de Best Ensta Paritec, ja, also diese Leute sind da akut, sind aktiv und so wie gesagt in der versteckten Öffentlichkeit und man darf sich dieses Geheimdienstwesen als verschiedenschichtig vorstellen, es gibt natürlich diese Geheimtreffen, diese konspirativen Elemente, das ist klar, das gibt es, es gibt auch diese Zeremonien, die sehr konspirativ natürlich sind, aber es gibt natürlich auch diese halböffentlichen Institutionen, die von jedem ersichtlich sind und wenn er ein bisschen Recherche treibt, dann stellt er natürlich fest, dass diese Leute da im Dienste der Eliten stehen, der sogenannten Eliten natürlich, weil Eliten des Bösen müsste man eigentlich sagen und dann natürlich da ihr Unwesen treiben, dass ja keiner auf die Idee kommt, das Weltbild des Status Quo infrage zu stellen und da die Narrative, die jetzt da in allen Massenmedien gepredigt wird, wie die Herald der Mittelalter, das hinterfragt, das darf nicht vorkommen und deshalb gibt es natürlich diese Putztrolle, die sich in solchen Foren befinden. Also wie gesagt, ich empfehle das nicht in diesen Foren zu posten, aber wie gesagt, bei mir hat es als Zufall ergeben und ich wollte das kurz erwähnen. Dann der zweite Zwischenfall, der sich ereignet, das war auch wieder vor ein paar Tagen, da ging ich über diese Grenze zum Bund, das ist ja gerade da bei Basel und da gibt es im Dreiländereck, da gibt es einerseits nach Frankreich rein, das natürlich auch nicht ohne ist, wenn man so die Geschichte jetzt in Frankreich mit Macron verfolgt, der natürlich einen absolutistischen Staat da errichten will, ein absolutistisches Europa schaffen möchte und dann seine Sekurität, also seine neue Polizeikraft da formiert und sie mit Sonderrechten ausstattet und das natürlich auch der Ausnahmezustand jetzt zementiert wurde als Normalzustand also wie gesagt da also in der Rhein-Ländereck in der Schweiz da geht es links nach Frankreich und rechts sozusagen nach Deutschland und da bin ich vor ein paar Tagen auch wieder über diese sogenannte fiktive Grenzlinie gefahren und dann wurden wir angehalten und da haben sich dann sieben sogenannte Bundespolizei was soll ich sagen Agenten da befunden und haben sich in den Weg gestellt also das habe ich denen auch gesagt wie im Mittelalter die Wegelagerer das getan haben und wollten von uns gewisse Dinge sehen das Auto durchsuchen und Ausweise und etc. und so fort und dann hatte ich keinen Pass dabei und meine Frau ebenfalls nicht und da sie ja Drittstaaten Angehörige ist ist es obwohl sie einen sogenannten ID-Titel hatte wurde sie angehalten und wurde in Aussicht wir wurden konfrontiert dass wir eine Buße zu zahlen hätten im Werte von 25 Euro pro Person pro Mensch ja und dann habe ich natürlich diese Zeit der Abklärung benutzt und habe denen auch sagen wir mal eine Predigt gehalten wenn man so sagen darf und sie darauf hingewiesen dass sie eigentlich illegitim und unrechtlich handeln und sich gegen das kosmische Weltengesetz verstoßen weil im Prinzip sind wie gesagt alle Menschen gleichwertig geschaffen es hat ja wie ich eingangs erwähnt habe kein Recht kein Mensch das Recht dass er den anderen über den anderen Menschen richtet und ihm Befehle erteilt und ihn herum dirigiert also das Grundgesetze der ethischen kosmischen christlichen Art die es zu achten gilt und jeder Mensch sollte Achtung vor seinen Mitmenschen und Respekt vor seinen Mitmenschen haben wenn ich natürlich den anderen als Sache betrachte was diese Menschen natürlich tun über die Unterstellung der Menschlichkeit unter die Person da ertreisten sich diese Leute ich meine die agieren natürlich auch wieder sagen wir mal die sind ja instruiert und gehirngewaschen wie die Roboter die wurden ja programmiert sozusagen in diesen sagen wir mal binarkodlichen programmationsebenen zu denken und jegliche Menschlichkeit abzulegen denn Menschlichkeit stört bei diesem Unterwerfungsgestus und es ist eigentlich nichts anderes als ein Unterwerfungsgestus was da zeremoniell modern zeremoniell magisch begangen wird das ist genau wie im Flughafen auch ein Unterwerfungsgestus du kriech kriech auf dem Boden ich bin der Herrgott und die anderen ihr seid Würmer sozusagen ihr kriecht nur also das ist sozusagen die Botschaft die dahinter steht und das hat natürlich nichts mit Menschlichkeit und Respekt und Mitmenschlichkeit zu tun ich habe ihnen dann ich habe ihnen darauf hingewiesen dass sie gegen die göttliche Weltordnung verstoßen nicht nur gegen die menschlichen Gesetze und gegen gegen den freien Menschen verstoßen sondern auch gegen das göttliche kosmische Gesetz dann sagte einer ja es gibt ja gar keinen Gott das war also der Obermacker da der da die ganze Untersuchung geleitet hat dann habe ich auch gesagt ihr seid alle Agenten von Rothschilds ihr werdet bezahlt von denen indirekt weil die Staaten sind ja alle Firmen und so weiter und die Firmen müssen jedes Mal da ihre Zwangsabgaben an die Rothschilds richten via Staatsverschuldung das sind ja zwischen 80 und 100 Milliarden in Deutschland jedes Jahr die von den Steuern zahlen also von euch allen wenn er überhaupt Steuern bezahlt ich würde sagen ihr würdet das besten tut ihr das nicht weil ihr dann wie gesagt das System unterstützt aber diejenigen die das eben zahlen die unterstützen sie und deshalb sind sie auch dann bezahlen sie ihre eigene Unterjochung durch diese Menschen also durch diese bewaffneten uniformierten und diese ganze Geschichte geht ungefähr zwischen einer halben und dreiviertel Stunde sind wir da so aufgehalten worden und während dieser Zeit habe ich sie natürlich mit einigem Wissen das ich hatte über diese Hintergründe und Detlef hat mich auch mit einigen rechtlich weltlichen Gesetzmäßigkeiten aufmerksam gemacht und das habe ich denen natürlich wie gesagt aufs Butterbrot geschmiert und die waren natürlich nicht erfreut und die haben gesagt ich soll still sein und habe gesagt das fehlt gerade noch dass ich mir die Wahrheit verbieten ließe von Leuten die sich widerrechtlich mir in den Weg stellten also wie gesagt das sind so Alltagsbegegnungen wo man merkt dass das System absolut hierarchisch und unterwerfungs auf Unterwerfung beruht und dass du als untersten Teil der Pyramide betrachtet wirst als sozusagen als Sklave und Sklave natürlich auch nichts zu melden haben und in diesem Ton in diesem Sinne sind die Leute auch mit uns umgegangen ist ja auch klar weil sie sagen zwar nicht ihr seid Sklaven aber sie behandeln in dem ganzen Gestus und dem Umgange kann man das feststellen dass man als Sklave eben behandelt wird und insofern meine die haben auch die sie nehmen auch die Interpretations Hoheit für sich in Anspruch jegliche sagen wir mal logische valable und ethischen Argumente die man vorbringt die gibt es für die nicht wie gesagt die sind abgerichtet sie sind wie programmierte Roboter die nur in diesem binären System ja oder nein aufgrund ihrer sogenannten Gesetze und das ich natürlich dann auch in Frage gestellt habe mit den Gesetzen ich habe sie darauf aufmerksam gemacht dass ihre Kollegen von den Geheimdiensten ja zuständig sind um die sogenannten Terroranschläge zu planen und oder auszuführen beziehungsweise zu betreuen um dann natürlich die Polizeikraft und das Unterwerfungs Instrumentarium bezüglich Polizei und Staats oder Behördenkräfte zu erweitern und auszubauen und doch die Lücken die da noch vorhanden sind zu schließen das hat denen natürlich auch nicht gepasst die sind natürlich dann in ihrem Programm weitergespult und dann haben sie gesagt sie hätten sowas noch nie erlebt und dann habe ich gesagt es wird langsam Zeit dass Menschen wenn sie mit diesen Behörden praktisch konfrontiert werden sie zwar freundlich aber doch sagen wir mal relativ klar und eindeutig aufmerksam machen dass sie eigentlich widerrechtlich und widermenschlich und unmenschlich handeln so das waren diese zwei sagen wir mal Alltagsberührungspunkte mit dem System dass ich meine dass die Leute wissen sollten und wie gesagt immer menschlich bleiben ich habe denen auch gesagt ich habe nichts gegen sie als Mensch ich achte und respektiere sie aber ich habe etwas gegen ihre Tätigkeit die natürlich die anderen Menschen wie erwähnt als Sklave betrachtet und in der Macht Hierarchie unterwerfen will Ja und der ist Anthroposoph gewesen hat aber natürlich als Anthroposoph ein Außenseiter Dasein zeitigen müssen mit seiner Thematik die er da gemacht hat und das haben nicht alle gern gehört weil auch dort leider gewisse Kräfte Einzug gehalten haben die eine wahre Geistigkeit verhindern möchten und auch eingesetzt wurden von gewissen Kräften also Klammer Freimauern und übertragen es den Jesuiten und Religion jetzt im Klammer Klammer zu die das eben nicht wollen dass die Anthroposophie im eigentlichen Sinne von Steiner eine Alternative bildet um diese Knechtschaft um diese babylonische Gefangenschaft die ich ja eingangs auch erwähnt habe zu beändern erstmal zu lindern und dann zu beenden dass die dass die wahre Inhalt warum Christus auf diese Welt gekommen ist dass dieser Inhalt so weit wie möglich vernebelt werden soll und dann ist natürlich klar so eine Gesellschaft die Anthroposophie ist die Alternative eine echte Alternative bildet die das wahre Denken ausbildet die wahre innerseelische Freiheit ausbildet die ist dann einem ermöglicht mit den Transzendenten Kräften und Wesenhaften der guten Seite Kontakt aufzunehmen sie in sich zu erspüren was ja der eigentliche Sinn ist einer Meditation etc also sagen wir Endziel einer Meditation ist dass das natürlich nicht gern gesehen ist und wie gesagt dieser Heinz Pfeiffer hat Impulse aufgenommen dass ja schon einer zu Steiner Zeiten ein Zeitgenosse von Steiner damals schon den Auftrag erhalten hat eben diese okkulten Hintergründe zu beleuchten und der dann aus das Buch was ich in der ersten Reihe gelesen habe herausgegeben hat und zwar dass die Entente Freimaurerei das hieß dann mit dem Titel die Entente Freimaurerei und der Erste Weltkrieg und zwar der Karl Heise der dieses Buch herausgegeben hat und er hat die Tradition von diesem Karl Heise dann wie gesagt weitergeführt und aktualisiert und ausgebaut und dann natürlich Stand 89 als er gestorben ist ist es dann stehen geblieben dann hat der Herausgeber der jetzige Herausgeber hat das dann wie gesagt auf den Stand der relativ letzten modernen Zeit dann gebracht ich möchte eingangs nochmal diesen Satz verlesen der wirklich zentral in diesem Buch steht und zwar ist es Paulus an die Epheser Epheserbrief 6 Strich 12 wir haben wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen sondern mit den überirdischen Mächten mit den teuflischen Gewalten mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis mit den bösen Geistwesen in der Himmelswelt Ja und wie ich auch oft darauf hingewiesen habe ist es ja so dass diese Menschen wenn sie im Trott des Alltages sind das Böse eben nicht sehen wollen und nicht wissen und nicht wissen wollen dass sich das in unserem Alltagsleben etabliert hat und gerade mit Institutionen wie Staat und Kirche mit Behörden etc. dann sagen wir mal als letzte sichtbare Instanz dann weil das braucht man ja wenn man interagieren möchte mit der Bevölkerung und auch sie beherrschen möchte muss man ja einen Angriffspunkt bieten und dieser Angriffspunkt ist so dass er natürlich die Intentionalität und die ursprünglichen Absichten der Schöpfer dieser Institutionen verwischt und anonymisiert und darum ist es sehr wichtig dass wir erkennen in unserem Alltagsleben in unserer Vieh Quotidien dass wir feststellen dass diese Dinge tätig sind dass wir nur mit offenen Augen sagen wir mal sie auch wie ich vorgesagte mit diesem mit diesem David Obst dem CIA Putzerfisch da dass diese Dinge der Halböffentlichkeit klar ersichtlich sind Universitäten Wissenschaft und so weiter das sind alles wie gesagt Institutionen die im Dienste dieser Matrix steht also ich werde jetzt ein paar Sachen direkt lesen von die ich als wissenswert erachte und werde dazu meine Bemerkungen machen also Heinz Pfeiffer der geboren 22. Juni 1910 bis 25. Januar 1990 hat eine Reihe bemerkenswerter Publikationen verfasst die im Anhang dieses Buches chronologisch aufgeführt sind am bekanntesten sie seine Ausführungen zu den politischen Hintergrund Kräften 1981 erschien erstmals sein Buch Brüder des Schattens 1987 letztmals in einer dritten nochmals erweiterten Auflage in den 1980er Jahren erhielt Heinz Pfeiffer die Gelegenheit in der von Helmut Finsterlin herausgegebenen anthroposophischen Zeitschrift Erde und Kosmos einige ergänzende Beiträge zu diesem Thema zu veröffentlichen nach über 20 Jahren liegt nun eine vollständige überarbeitete vierte Auflage der Brüder des Schattens vor für diese Neuauflage wurden Quellen geprüft und Inhalte und Strukturen überarbeitet und aktualisiert es ist das Verdienst Heinz Pfeifers die geschichtliche Symptomatologie Rudolf Steiners auf die pragmatische Geschichtsschreibung anzuwenden und dem Leser die Technik zu vermitteln wie die Chiffren der offiziellen Geschichtsschreibung die Fable Convenue zu lesen sind dazu werden zwei Herangehensweisen beschritten also geschichtliche Symptomatologie wenn man das Wort schon hört Symptom ja ein Symptom in der Geschichte das deutet schon ganz klar darauf hin dass das was gesagt wird sagen wir mal den wahren Verlauf sagen wir mal Gelinde gesagt nicht nur verwischt undeutlich macht oder vertuscht sondern sogar teilweise verfälscht also erstens diese zwei Herangehensweisen also erstens das detektive Vorgehen ausgehend von Aussagen Rudolf Steiners über geistige Zusammenhänge werden bestimmte historische Fakten als Merkpunkte für diese Gesetzmäßigkeit angeführt zweitens das induktive Vorgehen einzelne herausragende geschichtliche Vorgänge sollen als Bilder für die geistigen Zusammenhänge zum Nachdenken und Nachforschen anregen daraus entstehende Gesamtdeutungen werden dargestellt ja die Verknüpfung dieser Ansätze ermöglicht eine auf einer symptomatologischen Forschungsmethodik beruhende Betrachtung der jüngeren Geschichte eine wissenschaftstheoretische Erörterung und ein Diskurs zu dieser Thematik stehen noch aus hingewiesen sei jedoch auf die grundlegende Arbeit von André Bartonitschek zu Rudolf Steiners Erweiterung der Geschichtswissenschaft Rudolf Steiner skizzierte die Aufgabe einmal wie folgt die Ereignisse folgen zwar aufeinander eines auf das andere aber das eine Ereignis ist viel wichtiger als das andere und zuweilen zeigt sich an einem bestimmten Ereignisse das in einer bestimmten Zeit stattfindet viel mehr für das Verständnis des nächst folgenden als durch andere Ereignisse es handelt sich darum dass man die richtigen Ereignisse die richtigen Tatsachen findet also das Wesentliche muss man herausschälen und dann natürlich die Folge dieses Wesentlichen auf eine Neugestaltung beobachten solch eine Geschichtsbetrachtung nannte ich oftmals vor ihnen eine symptomatologische Geschichtsbetrachtung im Gegensatz zu der bloß pragmatischen die man heute vielfach sucht eine Erkenntnis des Inneren des geistigen Werdegangs aus Symptomen wobei man an gewissen Stellen Ereignisse findet die die Ereignisse ihrer Umgebung an Bedeutung überragen Einige Monate später formulierte er es folgendermaßen Es kommt sehr häufig darauf an dass man den Blick nach einem Punkt richtet und dann den Blick wiederum nach einem anderen Punkt richtet und dass man gerade diese beiden Punkte in ein Verhältnis bringt dass man diese Punkte anschaut Wenn man die richtigen Punkte ins Auge fasst da muss man natürlich wach sein man muss denkend die Sache verfolgen und nicht im Halbschlaf also wenn man die richtigen Punkte ins Auge fasst so findet man Lichter die die Situation aufhellen ja wie macht man solche Dinge sehen sie darauf kommt es eben an wenn sie Geisteswissenschaft in der richtigen Art betreiben dann finden sie die Punkte im Leben heraus die sie zusammenschauen müssen damit sich ihnen das Leben enthüllt während sie sonst das Leben verfolgen können Ereignis nach Ereignis betrachtet also immer gleichwertend was natürlich irreführend ist und nichts verstehen können vom Leben wie es die pragmatischen Historiker der Gegenwart machen die die Ereignis zu Ereignis ihre Fäden ziehen aber nichts verstehen vom Leben weil es darauf ankommt symptomatisch die Welt zu betrachten und das wird immer mehr und mehr notwendig werden die Welt symptomatisch zu betrachten das heißt so zu betrachten dass man den Blick an die richtigen Stellen hinwendet und von den richtigen Stellen aus die Verbindungslinien zieht zu anderen Dingen um die Wirklichkeiten zu erkennen empfiehlt Rudolf Steiner es gibt Punkte da kommen die geschichtlichen Ereignisse hinein sowie die Wogen die da heraufspülen manchmal vulkanisch durch das was da darunter ist wiederum an anderen Punkten da guckt es ich möchte sagen heraus und die einzelnen historischen Ereignisse verraten das was drunter ist die sind dann als Symptome besonders charakteristisch aber manchmal sind es gerade Symptome wo man indem man hinschaut auf die symptomatische Tatsache über das äußere sehr stark hinweg sehen muss das möchte ich überhaupt betonen über diese äußeren Geschichtsmäßigkeiten die da in den Medien besonders in den Massenmedien erzählt werden das sind Ablenkungsmanöver das führt ab im Kern der Botschaft und man muss gerade zwischen den Zeilen lesen wenn man noch diese Massenmedien konsumiert dass man überhaupt sich erschließen kann um was es eigentlich geht und was die Intentionalität dieser maliziös okkulten Elite was deren Intentionen sind also weiter Heinz Pfeiffer hat in diesem Sinne versucht symptomatisches aus Geschichte und Politik aufzuzeigen es ging ihm nicht darum böse Wichte zu suchen sondern Ziele Methodik und die Vielfaltigkeit der Netzwerke und deren Verknüpfung insbesondere auch die geistig okkulten Hintergründe der politischen Umtriebe aufzuzeigen gegen die Kreise die als Brüder des Schattens bezeichnet werden können ist Widerstand auf der Bewusstseinsebene notwendig durch waches Denken durch Verfolgen mit Wachheit der Ergebnis die uns in dieser Realität in dieser Seins Wesenhaftigkeit eben umgeben Steiner sagt ja auch dass die dass die sogenannte Welt dass wir uns die Wirklichkeit der Welt erschließen können indem wir die Sinneswahrnehmung über die Begrifflichkeit uns erschließen das heißt die Begrifflichkeit erreichen wir durch das Nachdenken durch den Denkprozess und wenn wir zum Beispiel Sinneswahrnehmung haben das haben die Tiere auch und diese mit unserem Denken verbinden zu einer Begrifflichkeit erreichen wir das Niveau der sogenannten Universalien und die Universalien das haben die alten Griechen mit Archetypos bezeichnet und das gibt uns den Zugang zur effektiven Realität also Wache und Verstehende Menschen leisten durch ihre Erkenntnisarbeit einen Korrektur beziehungsweise Gesundungsbeitrag für die Ziele der Menschheitsevolution das heißt also wenn wir erkennen den wahren Zustand die wahren Intentionen dieser sagen wir mal maliciousen Elite dann helfen wir über das morphologische Feld dieses Seelen Affinitätsfeld andere Menschen wach zu machen das heißt sie werden sensibilisiert denn der gute Kern eines jeden Menschen ist praktisch unkaputtbar auch die heftigsten Angriffe des Bösen vermöchten es nicht diese Quelle des Guten zu zerstören und diese ursprüngliche Verbindung mit der Wahrheit auszulöschen also weiter der Themenkomplex ist vielschichtig handelt es sich doch nicht nur um Politik und Geschichte sondern ebenso um wirtschaftliche wissenschaftliche und finanzielle Praktiken und Verhältnisse um Fragen der Geopolitik der Völkerkunde und Psychologie der Manipulation der ganzen zidivisierten Menschheit mit Hilfe von Ideologien und täglich verbreiteten Halb- und Unwahrheiten und so weiter in Klammer muss ich ja beifügen Sophismus Schule von Gorgias die natürlich in diesem sagen wir mal Verschleierungs und Fehlleitungs Prozess wirklich sehr gute also in ihrem Sinne sehr gute Verdienste geleistet hat es soll ja beispielhaft die Methodik der Machenschaften der Brüder des Schattens aufgezeigt werden die auch dem unvorbereiteten Leser ein grundlegendes Verständnis ermöglichen zur Vertiefung einzelner Themen empfehlen wir den Leser die erwähnte Literatur ja also bevor wir jetzt weiter da hineinsteigen dann in den einzelnen Kapiteln die ich da jetzt vorlesen würde das müssen wir uns auf ein nächstes Mal dann vorbehalten ja möchte ich noch auf die Sendung von Detlef hinweisen in dem es eine interessante Begebenheit ein Vorfall der eigentlich skandalös ist von einer jungen Frau die in Belgien lebt und die da in die psychiatrische Mühle geraten ist die gerade ein Kind geboren hat da im Spital ihres Kindes beraubt wurde und dann noch einer quasi einer MK Ultra Prozedur unterworfen wurde und da eben da auch staatliche belgische Stellen bis zum höchsten Staatsanwaltschaft involviert sind und da hat Detlef einiges mit seinen zwei Live Gästen zu berichten und den Namen der beiden der wird Detlef dann auch natürlich bekannt geben und ich würde mich freuen wenn ihr noch eine Frage habt und mich kontaktieren wolltet dann das gerne tun könnt unter michael at wakenews.net und wie gesagt ich gebe jetzt den Stab ab an Detlef und wünsche euch noch einen gesegneten November und wir sehen uns dann eventuell ich nehme an oder vielleicht ich weiß es noch nicht genau hundertprozentig am nächsten Monatsende wieder zur üblichen Zeit und wünsche euch alles Gute und ich hoffe dass ihr über diese Sachen nachdenkt und auch für das individuelle Leben dann Schlüsse zieht und Mitmenschen auf diese Tatsache aufmerksam macht damit wir als Gesamtmenschheit über diesen bösen Kräften doch den Sieg erringen können in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute gehabt euch wohl und ciao bis zum nächsten Mal euer Michael Jeden Dienstag und Don stag von 16 bis 18 Tatsache herein Tatsache 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020